Mann, bin ich ein Holzkopf, natürlich habe ich keine Flügel, aber ich habe, wisst ihr was, jetzt bist du dran, mein Kasper, das ist mit so hoch, das mache ich denn jetzt, ich habe es, Kinder, wisst ihr was, wenn der Drache nicht auf den Baum will, holen wir halt den Baum, da habe ich das Gummiband durch, der Baum flutscht zurück und du fliegst durch die Luft, na, was hältst du davon? Nee, viel zu gefährlich. Ach, also, das ist doch nicht gefährlich. Wer von den Kindern möchte mal durch die Luft gehen? Einmal durch Höxter. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus. Den vier Bremer Musikanten gefiel es aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Ja, hey, mach und ich sag, heute ist so ein schöner Tag Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger So stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß Popies mal Mit Ruhe und Gemütlichkeit, kast's nur den Herd und die Sorgen weg Und wenn du stets gefüchtlich bist und etwas Appetitliches Dann nimm es dir einer von welchem Fleck Was soll ich so arr weg? Muss mir nicht gefällt Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die zweite gute Nachricht an diesem Tag. Ich bin nicht nur zur Jagd gegangen, sondern ich habe auch andere Dinge erlebt. Neulich musste ich mit anhören, als ich einmal durch Bodenwerder spazierte, wie sich einige Leute über mich, dem Baron von Münchhausen, ihr Maul zerrissen. Ich musste mit anhören, wie sie behaupteten, ich, der Baron von Münchhausen, sei einmal als Sklave verkauft worden. Alles dummes Gewäsch. Aber in Gefangenschaft geraten bin ich sehr wohl einmal. Musik 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 Ja, seht nur, wie die Schneeblocken fliegen. Ja, sie war sehr fleißig. Musik 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 Musik